Aaaaaaah! Jo Leute, was geht ab? Max Morin am Start. Tim ist heute auch wieder mit dabei, Partypad auch. Und wir zocken heute den dritten Teil sogar schon von der Wer-Kann-Länger-Challenge. Wir dürfen diese ganze Brücke benutzen. Da unten das braune Geländer, das silberne Geländer. Aber wir zocken jetzt sofort schnick, schnack, schnuck und gucken, wer anfängt. Jo Leute, bis gleich. Peace. Eine Runde, ne Jungs. Schiebe, Stein, Papier. Ich fick dich, du fickst hier der Unentschieden. Jetzt muss ein, ein, ein. Ich hab dich gefehlt. Okay, jeder R, okay. Schnapp, schnapp. Erstmal raus? Ja. Korrekt. Schnapp, schnapp, schnapp. Ich hab gewonnen. Ich darf entscheiden, wer anfängt. Und ich sage, Patrick. Los geht's. Party macht jetzt den ersten Trick. Ich renne einen Schritt an die Wand. Und mache einen Rückwärtsag. Vielleicht ein Körper. Jetzt ziehen wir uns jetzt rein. Ich darf gleich den Krankenwagen anrufen. Komm. Kommt am Boot. Ja, mach's klar, Papi. Ja, Tim muss das jetzt nachmachen. Und danach ich, Tim. Wichser. Das ist krass. Drei. Zwei. Ey, Digga, wie hast du das gemacht? Sag ich dir doch nicht, Alter. Ich mach dich ablenken. Tausend war geilerin. Yeah. Ich würde sagen, alle drei bestanden. Und Tim hat sich dazu entschlossen, eine Rückwärtsagung zu machen. Das ist ein richtiges Weg. Drei. Eins. Zehn. Zwei. So, Teil zwei, Max. Eins. Zwei. Und drei. Ja, Patrick ist jetzt da. Backflip. Den Sprung nachmachen. Der Junge, der Züge hat nicht lang. Ja, Leute, meinst du Körper? Wie bist du bei dir lang? Sag jetzt schon mal, ich werde, glaube ich, nicht nachmachen. 90 Prozent. Aber eigentlich, schauen wir mal. Sonst mach ich das anders, Tim. Nein, mach Körper. Das sind die Regeln, weißt du? Ja, aber du musst ja. Da gibst du dich diesen Schwanz entziehen. Ich mach, das ist eh letzter Trick dann. Wenn ich mir weh, du chill dich einfach drei Stunden in der Sonne postern. Also, gib Kette wie Jubilier. Schneid das raus, Mann. Ja, safe und da. Mein Körper, Leute. Max-Proveno. Adios. Okay. Okay. Ich kann einfach kein Körper. Das ist das Problem. Oh Gott, der macht direkt hinterher. Oh, eklig, Leute. Egal, kein Bock, jetzt einen scheiß Körper nachzumachen. Es tut immer so weh auf dem Kopf oben hier. Keine Ahnung. Ach, fuck, Alter. Tim scheitert mal wieder, glaube ich, am Körper. Jetzt. Und er schlägt. Boah, Digga. Nice, Digga. Der Zimmer hat auch klargemacht. Ab zum nächsten Sprung. Ja, Patrick macht jetzt hier oben einen Auerbach runter. Dieser Junge ist verrückt. Und Tim und ich müssen das nachmachen. Ich hab so keinen Bock. Das ist so hoch. Das ist der nächste Kandidat. Der Tim. Eins. Los. Ja. Hey, klar, du mal. Ist das Schuss? Ey, Leute. Dicks aufgehauen. C. Ah. Gebt euch das. Der ganze C ist offen, Digga. Der ist offen, Digga. Wo bist du gekommen? Guck dir das an. Ahhhh. Ahhhh. Mann, alcohol. Oh, boah. Ich steh ab? Na, boah, der ist übelst aufgeplatzt. Der ist geplatzt. Geplatzt wie ein Sofa-Kiss. Tim wird jetzt dort einen Handstand machen, und dann eine Vorwärts-Rolling mit Köpfen rein. Drei. Drei. Oh Gott, wie hast du denn das gemacht? Ich wollte so einen krassen... Was hast du denn alles? Das ist das Geilste! Wie hast du ihn hochgekommen? Ja, ja, so... Hä, und dann? Einfach nach vorne rüberkippen und dann machst du automatisch... Ich kann doch noch drücken, Alter! Ich kann doch noch drücken! Ich kann doch noch drücken! Klar gemacht, klar gemacht! Wie sagst du denn? Partypart! Klar! Partypart erklärt! Das war, glaub ich, weh! Das war, glaub ich, weh! Ich mach jetzt... Ich hab ihn noch nie gemacht! 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 Ich mach die Potsch. Boah. Wir sahen eine Luft auf ihn aus. Okay, Max fällt auf den Rücken. Dann hast du das so ein bisschen gemacht. Das war natürlich die Schuss in den Ofen. Ja, wenn ich jetzt gleich mache, hat er verloren. Also, Patschi hat jetzt verkackt gerade. Ich werde jetzt für uns schaffen. Ich kotze mich. Ich kotze mich. Aber wenn ich jetzt klar mache, dann hat Patrick auf jeden Fall verloren. Ich hab da nur ein Eier jetzt. Das war auch nix. Der war wohl nix. Jo Leute, Patrick und Tim haben jetzt verloren. Die bekommen jetzt mit diesem Handtuch auf den Rücken. Jo Leute, ihr habt ja gesehen. Tim wurde nicht bestraft. Ich hab jetzt das Handtuch nass gemacht. Und er sitzt jetzt gerade bei mir. Dann gehe ich jetzt einfach in das Zimmer und klatscht den hier mit ein. Mal gucken. Mal gucken. Ich hab die Hände wieder. Ja, Tim hat die Bestrafung auf jeden Fall gekommen. Nice. Das war zu wenig voll im Wasser, halt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Und wenn nicht, dann lasst einen Daumen nach unten da. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Channel. Ja, und ihr könnt auch mal unten in die Kommentare schreiben, was wir für Bestrafung machen sollen. oder was wir für Challenges machen sollen. Jo Leute, bis zum nächsten Mal. Peace, haut rein. Ciao.